Quick-Tip, Skill-Punkte richtig verteilen. Wenn ihr euch in Russian Fishing 4 einen Allround-Angel-Account anlegt, einen Angler, der alles angeln kann und mit allen Routen hantieren kann, dann müsst ihr eure Skill-Punkte natürlich auch richtig verteilen. Fürs Verteilen der Skill-Punkte drückt man die Taste O und landet dann in der Übersicht und kann sich dann hier schön entscheiden, auf welche Skill-Punkte man als erstes geht. Grundsätzlich müsst ihr einfach wissen oder ausprobieren, was euch am meisten Spaß macht. Dazu empfiehlt es sich vielleicht am Anfang, euch verschiedene Angelmethoden anzuschauen, auszuprobieren, ob ihr vielleicht anfangs Spaß habt am Stippen. Das sind ja die Routen, die ihr als erstes in der Hand bekommt. Oder ihr kauft euch ein paar Grundrouten, ein paar Feederrouten, vielleicht das Feeder-Set Start und geht einfach auf Grund. Oder ihr nehmt direkt am Anfang die Spinning-Route und versucht schön aktiv mit dem Spinner auf Fische zu gehen und die Fische zu jagen. Diese drei Methoden sind natürlich die Basics. Dementsprechend müsst ihr für euch einfach entscheiden, was macht mir am meisten Spaß. Wo habe ich vielleicht überhaupt keinen Bock drauf? Und danach könnt ihr euch quasi entscheiden, wie ihr eure Punkte sinnvoll verteilt. Die leichteste Methode, Skill-Punkte zu verteilen, beziehungsweise die leichteste Angelmethode, ist das Grundangeln, kann man sagen. Weil man da beim Plumpsangeln einfach nur den Köder auswirft mit einem schweren Grundblei und einfach wartet, bis der Fisch gebissen hat. Anfangs gibt es eine Zuppelei und dann zieht er irgendwann ab, der Fisch. Und dann packt ihr euch die Rute und zieht den Fisch eigentlich einfach nur noch raus. Das ist mit das Simpelste. Beim Spinning ist es dann so, dass ihr aktiv den Köder führt. Ihr habt die Wahl zwischen verschiedenen kleinen Spinnern oder Blinkern, großen Metallplättchen, Wobblern, die einen Fisch nachimitieren und auch die Schwimmform oder Bewegung eines Fisches imitieren. Oder zwischen verschiedenen Gummifischen, die dann zum Beispiel einen, ja, ich sag mal einen kränklichen Fisch imitieren, der so ein bisschen auf über den Boden hüpft. Bis hin zu riesengroßen Kunstköderfischen fürs Hechtangeln oder sogar beim Vekirig. Man hat so verschiedene kleine Gummiwürmer, denen man quasi mit der aktiven Handhabung, mit dem aktiven Führen der Köder Leben verleiht, sodass man eben auch nicht nur sowas wie Forellen und Hechte fängt auf Gummifisch, sondern vielleicht auch karpfenartige Fische, Karauschen und Giebel, die dann auch auf diese Würmer dann beißen. Und die anspruchsvollste Methode ist tatsächlich das Posenangeln, weil es beim Posenangeln einfach nicht nur darauf ankommt, wie und wo man natürlich die Köder auslegt und in welcher Tiefe man den Köder positioniert, sondern dass man dann natürlich auch noch im richtigen Moment den Anschlag setzt, damit man den Fisch auch noch hakt. Später bei den Matchrouten ist es oftmals so, dass die Fische selbst haken. Das heißt, wenn man da zum Beispiel auf Karpfen geht mit den Matchrouten und der Karpfen zieht ab, hakt er sich quasi automatisch. Das ist allerdings anfangs beim Posenangeln hier, beim Stippen noch lange nicht der Fall, aber auch hier beim Bolognese-Routenangeln, auch da ist es, naja, ich sag mal, noch nicht ganz so einfach, wobei man eben hier, sobald man mit einer Rolle aktiv ist, viel leichter die Fische haken kann. Da empfiehlt es sich einfach, die Einholgeschwindigkeit auf maximal zu stellen, plus Shift zu drücken, also mit 50er Einholgeschwindigkeit plus Shift, sobald die Pose runter geht, einfach schnell kurbeln und dann hakt in der Regel der Fisch von alleine. Also, ihr habt die Wahl, was ist für euch die ideale Methode zu angeln, dementsprechend dann die Punkte verteilen und wenn man jetzt nach dem simpelsten geht, gerade für den Anfang und wenn man noch nicht so erfahren ist in dem Game, dann lohnt es sich tatsächlich aufs Grundangel zu gehen, die ersten Punkte hier vielleicht in die Stationärrolle zu investieren und dann später hier erstmal sich die Punkte zu sparen. Also bis hier komplett alles sparen und dann fängt man erst wieder an, die Punkte in die Karpfenrute zu investieren, danach ins Pop-Up-Rig und danach in die Schlaufenmontage. Also fürs Grundangeln stationär, Karpfenrute, Pop-Up-Rig, Schlaufenmontage. Das sind die wichtigsten Punkte fürs Grundangeln. Wenn ihr zwischendurch mehr Punkte bekommt, denkt immer daran, dass ihr mit den entsprechenden Skillpunkten oder mit den Leveln irgendwann, dass ihr euch diese Punkte hier schon mal spart. Rechnet die quasi mit ein, wenn ihr levelt. Das heißt, in den ersten Leveln bis Level 19 bekommt ihr für jedes Level einen Punkt, ab Level 20 bekommt ihr zwei Punkte, ab Level 30 drei Skillpunkte und so weiter und so weiter. Aber rechnet halt einfach schon damit, plant eure Punkte ein wenig ein, sodass ihr da nicht irgendwann da steht und sagt, hoppala, jetzt habe ich den Skill hier oben im Grundfischen erreicht, kann aber hier keine Skillpunkte rein investieren. Wäre einfach schade, weil ihr dann halt wieder, ich sage mal, ihr seid vielleicht im Level 20 Bereich, dann müsst ihr vielleicht noch ein, zwei Level warten, bis ihr dann den Skillpunkt komplett verteilen könnt. Das Schöne beim Skillen der Stationärrollen, es ist quasi für alle Angelmethoden gleich. Also diese fünf Punkte zählen für jede Angelmethode. Somit müsst ihr diese fünf Punkte nur einmal verteilen. Und wenn ihr sagt, okay, ich mache einmal Grundangeln und nebenbei will ich noch ein bisschen aktiv Spinning, zum Beispiel am Belaya machen, gerade mit Level 12, da lohnt es sich. Dann kann man hier vielleicht nochmal Punkte investieren in die Spinning Route und nochmal in den Spinner. Dann habt ihr damit die wichtigsten Skillpunkte schon mal verteilt. Und das ist auch gleichzeitig mit die ideale und die schnellste Möglichkeit, im Game vorwärts zu kommen und wahnsinnig gut Silber zu verdienen. Einfach die Kombination zwischen dem Grundangeln, gerade so fürs anfängliche Angeln. Grundangeln lohnt sich absolut zum Beispiel am Windenbach. Und wenn ihr danach mit Level 12 zum Belaya geht und dort das Spinfischen betreibt, dann habt ihr schön zwei Möglichkeiten, sehr, sehr gut und sehr einfach, viel Silber zu verdienen, sehr schnell Fortschritte zu erlangen. Und wenn ihr dann weiter skillt und levelt, könntet ihr euch immer noch entscheiden, ob ihr zum Beispiel nebenbei noch Stippen geht. Man kann auch Stippen ohne, dass man hier Punkte drin verteilt. Stippen lohnt sich zum Beispiel immer auch am Windenbach auf Haseln und auf Lauben. Sehr, sehr viel Silber für sehr leichtes Angeln, gerade am Anfang. Auch dazu gibt es schon Videos, wie auch zum Angeln am Belaya beziehungsweise auch, wie man mit den Grundrouten startet. Schaut einfach mal mit rein. Ich würde sagen, zieht raus die Brocken, Petri zusammen. Wenn euch das Ganze geholfen hat, einen Daumen da lassen, den Kanal abonnieren und dann sehen wir uns das nächste Mal in einem der nächsten Videos oder im Livestream auf Twitch. Jeden Tag ab 19 Uhr. Petri. Petri.